ja hallöchen lieben leute von heute herzliches willkommen zur nächsten folge von hogwarts legacy mit mir dem horst die borst die ich gehe zurück zu arnold schwarzenegger der ani und da habe ich da drüben oh mein gott als irgendeinen roten punkt gespeichert habe ich gerade oh mein gott dunkle straßenkötter chinesischen kalkol wartet mal ganz kurz chinesischen kalkol ja wohl super da haben wir die ist quasi weg gemacht dieser külter finde ich cool schließe duelleistungen ab was ist das da drüben ein sack schaut einmal purpurrotes mystik gewandt okay gut es geht weiter zurück zu arnold schwarzenegger die kobolde da lasse ich jetzt leben ich will auf jeden fall jetzt einmal zu diesem kobold zurück ja nur ein bisschen zur info falls du die letzte folge nicht gesehen hast dieser an ist ja ein kobold dem wurde von rangrock und rangrock von rangrocks leuten und rangrock halt überfallen 8 beine sind einfach zu viel was ist das da spinnenfang zahn leute spinnenfang zahn ja ich habe sieben mega power trinke das ist so richtig cool leute ja unser erster auswärtskampf hier im dunklen wald oder ist das da verbotene wald ich weiß es nicht leute ob das der verbotene wald ist kann aber durchaus sein was ist da sind auch viecher da hinten oder was ist das schau doch mal da drüben irgendwo kreuzspinnen kreuzspinnen ja super kreuzspinnen super Toll, Leute. Spinnenfangzahn, oder was? Oh, cool. Ah, schöne Schlachterei im Wald, Leute. Weitere Spinnen. Ah, hier. Ja, ich werde immer besser in Sachen Kämpfen, Leute. Rivellion. Irgendwo schauen, ob ich da... Ah, was ist das da hinten? Ein Bär, oder was? Ah, Büffel. Was ist das da? Für eine Ruine, Leute. Ganz kurz einmal einen Abstecher zu den Ruinen da machen. Die sahen auch schon mal besser aus. Okay. Tobi! Der Tobi spielt sich mit dem Licht über das Handy. Da gibt es so eine Handy-App. Wahnsinn. Ah, Gott. Der Tobi. Rivellion. Da ist eine Ruine, Leute. Ja, schaut einmal, Leute. Ähm, was haben wir da? Kann man da irgendwie... Nein, da kann man nicht rein. Schaut einmal, da kann ich das zerstören, Leute. Ja. Was haben wir da für eine Kiste? Schaut einmal. Schaut einmal. Ähm, kann ich da nicht rein? Nein. Ne, die, die, die... He, he. Super. Truhe durchsuchen. Deine Ausrüstungsplätze sind voll. Ah, super. Ah, schon, Leute. Was haben wir da für Ausrüstung? So. Dann haben wir neue Handschuhe. Na, bitte. Ähm, schlechter. Was haben wir da? Das ist auch schlechter. Verkaufswert neuer... Bist du gescheit? 200 Münzen würde mich das bringen. Das würde mich verschlechtern. Ähm. Ja, ich werde mich da ein bisschen schauen, schauen. Da haben wir einen neuen Hut, aber der ist auch schlechter. Kann man da was verkaufen, Leute? Da haben wir eins, der ist schlechter. Und da haben wir auch eins, der ist schlechter. Gut. So. Dann haben wir neue Schal. Haben wir da einen besseren Schal? Nö. Der würde mich... Hä, Leute? Der würde mich viel schlechter machen, Leute. Um Mäntel und Umhänge... Besser. So. Leute! Ein besserer Umhang. Offensive auf 5. Äh. Verbessert mich das. Cool. Jawohl. Oh, naja. Schaut nicht so berauschend aus. Aber hauptsache die Wirkung ist eine Wirkung. Ich hauptsache besser bin ich. Jawohl, Leute! Verteidigung auf 8 erhöht. Legere, bestickte Schuluniform. Ist ja cool, oder? So. Ja. Passt. So, durchsuchen wir das. Illustrierter Umhang. Super. Jawohl. Das finde ich so richtig mega. Gleich noch einen Umhang. Weg mit dem. Schaut einmal wieder auf Firmen. Illustrierter Umhang. Ah, gleich viel besser. Toll. So, da. Gut. Dann haben wir das einmal. Okay. Raus hier. Was haben wir da noch? Reveglio. 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 Was ist das da eigentlich? Incentive. Nö, nö. Ich bin gespannt, wann ich das Schlösser knacken leere. Hackett. Bah, Leute. Ich könnte zu Hackett gehen. Ah, da haben wir noch was. Ah, hoppala. Da war ich falsch. Incentive. Nö. Da kann ich nicht durch. Ähm. Was haben wir da? Leute. Ah, verstehe. Feuer, ne? Fast. Super. Ich bin demnächst Level 14. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leveglio. Intendive. Leveglio. Ach hier. Mist. Ah, leute. Leveglio. Schau da mal. Oh, ist die stark. Wegen Jusen. Leute. Passt. Super. Was haben wir da jetzt? Was habe ich vergessen zum Sammeln? Nö. Wartet mal ganz kurz. Kann ich da irgendwas verwenden? Was haben wir da? Äh. Anlegen. Loslassen. Wenn sie eingesetzt wird, schließt sie die Säure auf nahe Gegner. Samenwände. Musi. Dann können wir bei Wasser. Wegerichen Knollenblätterlibe erworben werden. Muss in den Größentürfen gepflanzt werden. Okay. Eduras Trank. Maxima Trank. Oh. Was? Wie kann man da rein, Leute? Reveglio. Oh mein Gott. Ah, schaut mal. Ja. Also da war ich schon drin, oder? Passt. Eine super Gegner besiegt. Hm. Schau da mal. Mondsteine. Super. Gut. Dann werden wir weitermarschieren. Auf allen Vieren. Was ist... Oh mein Gott. Was ist das für eine Höhle? Reveglio. Aha. Hoaglump-Saft. Hey Leute. Leviato. Akeo. Schaut mal. Hey, das ist da oben. Und jetzt? Oh mein Gott. Das ist ein Rätsel, oder was? Hä? Was hat es mit diesem Rätsel auf sich, Leute? Reveglio. Das ist die Frage, was es mit dem Rätsel auf sich hat. Ich geh mal rein da. Ach du Kacke. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Äh, was hieß denn das? Lumos. Ein Licht einmal. Hallo? Reveglio. Äh, eine Kiste? Okay. Ja, schau da mal. Ja, schau da mal. Reveglio. Ach Gott, Leute. Ach Gott, Leute. Da gibt's sonst nichts mehr. Ach. Das ist ein Rätsel, oder irgend so was? Ah, wahrscheinlich machen sie sich die Steine auf, weil ich das jetzt über dieses Ding geschoben hab. Draußen. Reveglio. Keine Ahnung. Ist wieder da jetzt. Reveglio. Ach hier. Reveglio. 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 Okay, gibt's dir jetzt was Besonderes da drin? Nö. Ja, wurscht jetzt. Da hab ich die Kiste schon geholt. Was ist das da eigentlich? Lumos. Idiote. Ach hier. Ins Hände. Nö. Gut, ist ja wurscht jetzt, Leute. Ähm, also da werde ich noch nicht schlau. Das dürfte wahrscheinlich der Würfel wieder zurück. Ja. Keine Ahnung, was dieser Würfel bedeutet. So, oder? Ja. Ja, gut, ihr Lieben. Aber wurscht jetzt. Ich gehe jetzt zurück zu Arni. Wer hier wohl gelebt hat? Keine Ahnung. Schau da mal. Hey, was ist da oben? Libiose. Ach hier. Hehe. Intend. Super. Ah, der hätte das aufschmeißen können. Hallo. Was ist jetzt? Hä? Ah, die Spinne. Mediose. Ach hier. Incendio. Ja. Sag mal, wie lang brauche ich? Für den nächsten Level ab. Äh. Ich müsste schon längst Schufe 14 sein. Was ist das da? Ah, das hätte ich wahrscheinlich... Oh mein Gott. Libiose. Ach hier. Ja, ich hätte da wahrscheinlich rauf können, wenn ich das jetzt nicht runtergeschmissen hätte, die Spinning da. Hätte ich die wahrscheinlich aufmachen können, diese verschlossene Ding. Ja, wurscht jetzt. Ist egal. All, ich gehe jetzt wirklich so ahne zurück. Was ist das da? Oh. Nö, voll nicht. Irgendwie komme ich da... Ah, schauen wir mal. Ah, Leute. Geht ja gar nicht. Kann man das da irgendwie wegmachen? Incendio. Ja, ich kann da nicht rauf, oder? Idiose. Ach hier. Incendio. Nö. Weil da steht untersuchen. Was ist da drin? Ich muss da rein, Leute. Gibt es da irgendwo noch diese... Ich brauche diese Spinnfäden. Da oben wieder. Da könnte ich dann da rauf springen. Idiose. Ach hier. Idiose. Nee, das erwische ich von da draußen nicht. Ja, ich weiß nicht, ob sie das dann irgendwie wieder... Ja, zurück... Ob das zurückkommt, dieses Netz. Äh, gut. Ja, wurscht jetzt. Arni. Ich darf nicht vergessen, Arni. Ach so. Hoppala, da ist er ja. Servus, Schaf. Wie schaut's aus? Ja, die Folge ist ja auch gleich wieder vorbei. Also, wisst ihr ja, das letzte Pläne macht schon irgendwie müde. Also, mich zumindest. Schneller! Schneller laufen hier! So, da. Ah nee, ich komme wieder. Hä? Ach so, da ist ja der eine der... Verkäufer, ne? Super! Servus! Wenn sie etwas kaufen wollen, fielen mir leider nach wie vor meine Karren. Warum? Müsst ja normalerweise da sein. Gute Neuigkeiten, Arn. Die Karren sind bald zurück. Ich... Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Renrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Äh... Ja. Ich kam relativ leicht an die Karren. Ich bin froh, dass sie wohl auf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut. Vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern. Und sie haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Mhm. Gute Idee, Arn. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Ja, du. Kein Problem. Gut, da haben wir. Passt. Von Kobolden her steht der Helm. Sammler, du bist jetzt weggekommen. Viel Glück noch. Sobald meine Karren hier sind, bitte ich gerne meine Waren an. Stufe 14. Passt. Na endlich. Stufe 14. So, da haben wir eine Flohflamme. Haben wir die schon aktiviert? Ja, gell? Ja. So, da machen wir jetzt einmal weiter. Weil, ich muss ja zu... Was ist mit dir los? Hä? Wo ist denn der hin? Hat er sich weggezaubert? Ja, wurscht jetzt. So, ich gehe zu dieser Dame. Da hinten, wo hinten soll sie sein? Die Dame. Da. Ich sollte einen Dame helfen. Aber die Folge ist klar. Schaut einmal, da ist noch ein Problem. Schon wieder eine Nebenquest. Ich will die Nebenquesten machen. Ja, mache ich aber in der nächsten Folge, ihr Lieben. Würde mal sagen, jetzt haben wir ja wirklich einige Zeit hier verbracht schon. Dann werde ich mal schauen, was die Dame da für Probleme hat. Wahrscheinlich kann sie nicht fischen oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schauen wir mal zu der Dame hinterher und dann beenden wir die Folge. Genau, so ist das. Ihr Lieben, ich sage mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Game over. Bis zum nächsten Mal. Ciao.